Herzlich willkommen in der Feldbergschule Oberursel. Mit 1700 bis 1900 Schülerinnen und Schülern sind wir die größte berufliche Schule des Hochtaunuskreises. Ungefähr die Hälfte der Schülerinnen und Schüler absolvieren bei uns eine Ausbildung im sogenannten dualen System. Das heißt, sie sind an ein bis zwei Tagen in der Woche bei uns in der Schule. Der Rest der Ausbildung findet in den Betrieben statt. Der zweite große Bereich bei uns ist die sogenannte Vollzeitschulform. Die Schülerinnen und Schüler kommen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen von den abgebenden Schulen. Manche haben keinen Abschluss, diese bringen wir zum Hauptschulabschluss. Manche haben schon einen Hauptschulabschluss, dann können die Schülerinnen und Schüler bei uns den sogenannten mittleren Abschluss machen. Hat man schon einen mittleren Abschluss, kann man entweder eine vollschulische Ausbildung oder man geht in eine der zwei großen studienqualifizierenden Schulformen. Egal in welche Schulform man geht, eins verbindet bei uns immer alle Schulformen. Wir sind die Schule mit dem Plus. Das heißt, neben den allgemeinbildenden Fächern Deutsch, Englisch, Mathe gibt es bei uns immer eine berufliche Grundbildung im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Sind Sie neugierig geworden? Meine Kolleginnen und Kollegen aus den Abteilungen helfen Ihnen gerne weiter und geben Ihnen detailliertere Informationen.